Hallo, willkommen, willkommen bei der Lektion des Tages von Ein Kurs in Wundern, direkt aus dem Übungsbuch. Wir sind bei Lektion 195 angelangt und lasst uns den Titel wiederholen, dass wir nämlich den Weg gehen in Dankbarkeit. Liebe ist dieser Weg. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Liebe ist der Weg, den ich in Dankbarkeit beschreite. Und so, wir haben hier zwei Themen in dieser Lektion, nämlich die Liebe selbst und die Dankbarkeit. Und wir lernen darin, dass es keine Liebe gibt ohne Dankbarkeit, aber auch umgekehrt, es gibt keine Dankbarkeit ohne die Liebe zu erfahren. Und diese Liebe ist wirklich das Einsein im Geist Christus, das Einsein in der Liebe Gottes selbst. Also ein heiliger Augenblick. Einen Moment, wo die ganze Welt verschwindet, siehst du. Und wir kommen ja gerade von diesen wunderbaren Lektionen vor einer Woche, 188, 189. Der Friede Gottes scheint in mir jetzt und ich fühle die Liebe Gottes in mir jetzt. Und natürlich all diese Lektionen, die Liebe hat mich erschaffen wie sich selbst und alles, was dich da erinnert daran. Oder selbst Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Und natürlich im zweiten Teil wird dieses Thema der Liebe und der Dankbarkeit so oft aufgegriffen, so lange, bis es sich vollkommen verfestigt in unserem Geist und wir nichts mehr an irgendwelchen Illusionen, an irgendeiner Idee des Egos mehr anhaften oder Wirklichkeit geben werden. Wir sind in einer Geistesschulung, nicht wahr? Ich schule meinen Geist für eine neue Wahrnehmung, sodass ich nicht mehr länger hier ein verletztes Kind aus seiner Vergangenheit wirklich halten muss oder sehen muss, sondern wirklich das unschuldige Christuskind selbst, das immer auch hinter diesem verletzten Kind gestanden ist und nun eigentlich voll hier herauskommen will, sich zeigen will und nur mehr an dem Glauben ist gar kein gutes Wort, sich selbst erkennen will, was wahr ist, was der Schöpfungsgedanke selbst ist, das was Christus selbst ist. Was werden wir heute machen? Ich gehe hier wieder ans Ende dieser Lektion 195, wo er uns sagt, dass wir heute lernen, an Dankbarkeit zu denken, statt an Ärger, an Bosheit und an Rache. Was für eine wunderbare Einladung, was für eine gute Idee, nicht wahr? Anstelle Ärger, Bosheit und Rache-Gedanken soll ich mich heute an die Liebe und an die Dankbarkeit erinnern und das kann ich heute lernen. Alles ist uns gegeben worden. Alles ist mir gegeben worden. Alles, was es an Gaben des Himmels gibt, wurde mir gegeben. Das ganze Licht der Schöpfung wurde uns gegeben. Jedem Einzelnen. Und wenn wir es ablehnen, dies zu begreifen, haben wir deshalb kein Anrecht auf unsere Bitterkeit und eine Selbstwahrnehmung, die uns an einem Ort erbarmungsloser Verfolgung sieht, wo wir ohne Unterlass gebeinigt und herumgestoßen werden, ohne einen Gedanken oder eine Sorge für uns und unsere Zukunft. Die Dankbarkeit wird zum alleinigen Gedanken. Lassen wir heute in dieser Anwendung dieser Lektion die Dankbarkeit zu unserem alleinigen Gedanken werden, den ganzen Tag hindurch, den wir an die Stelle dieser wahnsinnigen Wahrnehmung setzen. Aber zuerst wollen wir uns natürlich auch eingestehen, dass das, wie unser Geist, unser alter Geist beurteilt hat, alle Dinge kategorisiert hat, wirklich Wahnsinn ist. Alles, was Teil des Egos ist, ist vollkommen wahnsinnig. Nun Gott hat für uns gesorgt und nennt uns Sohn. Kann es mehr als dieses geben? Absolut nicht. Hier in deiner Transformation, das ist wirklich alles, was du haben kannst, weil damit kommt automatisch die Erfahrung der Liebe Gottes, automatisch die Erfahrung des Seins sein, automatisch die Erfahrung des Im-Himmel-Seins. So unsere Dankbarkeit wird den Weg zu ihm ebnen und unsere Zeit des Lernens mehr verkürzen, als du dir je träumen lassen könntest. Dankbarkeit, geht Hand in Hand mit Liebe. Das ist alles, was wir uns nur erinnern müssen, was wir mitnehmen können, konzeptuell aus dieser Lektion. Dankbarkeit geht Hand in Hand mit Liebe. Und wo die eine ist, muss auch die andere zu finden sein. Denn Dankbarkeit ist nichts als ein Aspekt der Liebe. Dankbarkeit ist ein Aspekt der Liebe, die die Quelle aller Schöpfung ist. Gott sagt dir, seinem Sohn Dank. Gott sagt uns Dank. Dass du bist, wie du bist. Seine eigene Vervollständigung. Und die Quelle der Liebe mit ihm zusammen. Und deine Dankbarkeit ihm gegenüber ist mit der Seinen für dich eins. Denn die Liebe kann keinen Weg außer dem Weg der Dankbarkeit beschreiten. Und diesen gehen wir, die wir den Weg zu Gott beschreiten. So, wir haben geübt. Wir sind, glaube ich, ziemlich klar, dass wir den Weg zu unserem Nachhause beschreiten wollen. Und dass wir wirklich zu Hause sein wollen, mit Gott, in Gott. Und da geht es um nichts anderes, als dass wir die Liebe diesen Weg sein lassen, den wir in Dankbarkeit beschreiten. Okay, wir beginnen die Lektion wieder hier mit ein paar ganz essentiellen Eingeständnissen, wie eigentlich sowohl die Dankbarkeit als auch die Liebe verleugnet wurden. So, hör hier gut hin mit mir in diesen ersten beiden Paragrafen. Dankbarkeit ist eine Lektion, die für jene schwer zu lernen ist, die die Welt verkehrt betrachten. Menschliches Wesen, menschliche Sichtweise. Höchstens ist es ihnen möglich, sich so zu sehen, als würde es ihnen besser gehen als anderen. Und sie versuchen zufrieden zu sein, weil ein anderer mehr als sie zu leiden scheint. Wie jämmerlich und wie missbilligend solche Gedanken sind. Denn wer hat Grund zu danken, während andere weniger Grund dazu haben? Frage, nicht wahr? Und wer könnte weniger leiden, weil er einen anderen mehr leiden sieht? Deine Dankbarkeit gebührt nur ihm, der jede Ursache des Kommas auf der ganzen Welt verschwinden lässt. So, du siehst, es gibt da keinen Austausch. Es ist auch ganz, auch selbst in der Verleugnung. Ja, es, wenn hier andere in deinem Geist aufscheinen, die weniger Grund hätten, dankbar zu sein, das bist ja du. Und dann siehst du, dass du hier einen Job zu verrichten hast in deiner Transformation, nicht wahr? Es ist wahnsinnig, um des Leidenswillens Dank zu sagen. Doch ist es ebenso wahnsinnig, dem einen Dankbarkeit zu versagen, der dir die sicheren Mittel schenkt, wodurch aller Schmerz geheilt und das Leiden durch Lachen und durch Glück ersetzt wird. Die Geistigen, mindestens zum Teil Gesunden, können es auch kaum ablehnen, die Schritte, die er lenkt, zu gehen und dem Weg zu folgen, den er ihnen vorgibt, um einem Gefängnis zu entrinnen, von dem sie dachten, es gebe in ihm keine Tür zu der Befreiung, die sie jetzt wahrnehmen. Ja, dein Bruder ist dein Feind, nicht wahr? Weil du in ihm den Rivalen siehst für deinen Frieden, einen Plünderer, der seine Freude von dir nimmt und dir nichts lässt als eine finstere Verzweiflung, die so bitter ist und unbarmherzig, dass keine Hoffnung bleibt. Und jetzt ist die Rache das Einzige, was zu wünschen bleibt. Jetzt kannst du nur versuchen, ihn zu Fall zu bringen, damit er im Tod mit dir da liegt, so nutzlos wie du selbst und mit so wenig in seinen habgierigen Fingern wie in den deinen. Das ist wirklich der Zustand und die menschliche Denkweise, wenn keine Dankbarkeit da ist, wenn es an Dankbarkeiten mangelt, weil die Liebe auch darin verleugnet wird. Und somit wird dein Nächster, dein Bruder, wirklich zum Antichristen, zum Teufel, zum Feind, nicht wahr? Diesen Wahnsinn leben wir seit tausend von Jahren. Deswegen danke für jedes Wort von Jesus Christus in seinem Kurs in Wundern. Und ja, meines Bruders, der mir hier auf die Sprünge hilft und sagt, hey, hey, lass uns erinnern. Da ist eine andere Denkweise möglich, da gibt es was anderes, was wir miteinander teilen wollen und können. Du bezeigst Gott nicht deine Dankbarkeit, weil dein Bruder noch versklavter ist als du. Noch könntest du vernünftigerweise in Wut geraten, wenn er freier zu sein scheint. Hör gut hin. Die Liebe stellt keine Vergleiche an. Die Liebe stellt keine Vergleiche an. Und Dankbarkeit kann nur aufrichtig sein, wenn sie verbunden ist mit Liebe. Wir danken Gott, unserem Vater, dass alle Dinge in uns ihre Freiheit finden werden. Meistens ist die Dankbarkeit, oh, danke, dass du mich verteidigt hast und jetzt meinen Feind im Nachbarland oder im Nachbarstamm hier eine Lektion erteilt hast und ihnen ein paar Bomben abgeworfen hast. Das ist nicht Dankbarkeit, das hat nichts mit Liebe zu tun, siehst du. Wir müssen diese Verbindung, diesen Konnex mit der Liebe ganz klar finden und anerkennen. Wir danken Gott, unserem Vater, dass alle Dinge in uns ihre Freiheit finden werden. Es wird nie so sein, dass einige befreit werden, während andere immer noch gebunden sind. Denn wer kann einen Handel abschließen in der Liebe nahmen? Und das ist auch wirklich nichts anderes, als was in Matthäus, glaube ich, 16 erwähnt wurde. Aber das, was du auf Erden bindest, das hast du auch im Himmel gebunden. For goodness sake! Denn wer kann einen Handel abschließen in der Liebe nahmen? Sag daher Dank, doch aufrichtig. Lass deine Dankbarkeit Raum schaffen für all jene, die mit dir entrinnen werden, die kranken, schwachen, die bedürftigen und furchtsamen und die, die einen scheinbaren Verlust beklagen oder offenbaren Schmerz empfinden, die unter Kälte oder Hunger leiden oder den Weg des Hasses und dem Pfad des Todes wandeln. Sie alle gehen mit dir. Wir wollen uns nicht mit ihnen vergleichen, denn dadurch spalten wir sie ab. In unserem Gewahrsein, wurde übersetzt von unserem Gewahrsein der Einheit, aber ursprünglich in unserem Gewahrsein der Einheit, die wir mit ihnen teilen, wie sie sie unausweichlich mit uns teilen, wir danken unserem Vater nur für eines, dass wir von keinem Lebewesen getrennt und daher eins mit ihm sind. Wir sind von keinem Lebewesen getrennt und wir sind eins mit ihm, mit Gott und wir verlocken, dass keine Ausnahmen je gemacht werden können, die unsere Ganzheit mindern und unsere Funktion schmälern oder verändern könnten. Denn einen zu vervollständigen, der selbst die Vollständigkeit ist. Wir sagen Dank für jedes Lebewesen, denn andernfalls danken wir für nichts und versäumen es, Gottes Gaben an uns wahrzunehmen. Danke, was für eine wunderbare Aussage. Diese Worte sind wirklich, die gehen rein wie Öl, nicht wahr? Und so wollen wir denn unsere Brüder ihr müdes Haupt an unsere Schultern lehnen lassen, während sie eine Weile ruhen. Wir sagen Dank für sie. Denn wenn wir sie zu jenem Frieden weisen können, den wir finden möchten, dann öffnet sich der Weg uns endlich. Eine alte Tür springt wieder auf, ein lang vergessenes Wort, Wort großgeschrieben, erschallt erneut in unsere Erinnerung und nimmt dann Klarheit zu, sobald wir wieder willend sind, zu hören, wahrlich hinzuhorchen. Beschreite denn in Dankbarkeit den Weg der Liebe, denn der Hass ist vergessen, wenn wir Vergleiche weglegen. Was bleibt dann noch als Hindernis zum Frieden? Die Angst vor Gott ist jetzt endlich aufgehoben und wir vergeben, ohne zu vergleichen. Wir vergeben, ohne zu vergleichen. Sag hinter mir, ich vergebe, ohne zu vergleichen. Danke, danke. Und so können wir uns nicht dafür entscheiden, einige Dinge zu übersehen und andere Dinge dennoch zu behalten, die immer noch als Sünden weggeschlossen werden. Wenn deine Vergebung vollständig ist, wird deine Dankbarkeit total sein. Denn du wirst sehen, dass alles das Recht auf Liebe verdient hat, in dem es liebevoll ist, genauso wie dein Selbst. Und das ist wirklich unser Ziel, das ist worauf wir hinarbeiten. Vergebung zu vervollständigen und in dem Sinne zu sehen, dass unsere Dankbarkeit ebenso vollständig ist. Und Vergebung ist nur vervollständigt, wenn wir ganz klar sehen und anerkennen, dass hier nichts geschieht in Raumzeit, in unserem Traum, dass uns niemand jemals irgendetwas angetan hat. Und dass wir, wenn wir wirklich im Traum verhaftet waren und es wirklich geglaubt haben, haben wir es uns selber angetan und es wurde so schmerzhaft, dass wir es losgelassen haben, ganz einfach so und dann zurückgegangen sind in diesen Gedanken der Dankbarkeit. Und wir haben vielleicht sagen müssen auch, hey, verzeih mir, vergib mir, was ich gesagt habe oder vermeintlich gesagt habe, ich habe es nicht gemein. Ich liebe dich aus ganzem Herzen und ich sehe dich jetzt. Ich sehe dich als der, der ich wirklich bin, als Christus selbst. Und das ist wirklich meine Funktion hier, mich selbst so zu sehen, wie Gott uns schuf. Als das Licht selbst, als das Licht des Himmels, das Licht der Welt. Und darin feiern wir uns nach Hause und gehen unseren Weg gemeinsam. Das ist der Weg der Liebe, den wir in Dankbarkeit beschreiten. Hab einen ganz, ganz wunderbaren Tag, was immer du machst, Bruder. Ich liebe dich und ich danke dir. Ich liebe dich und ich liebe dich. Ich liebe dich und ich liebe dich.